und damit recht herzlich willkommen auf meinem rostigen kanal und zurück zu after freddy 2 ich habe jetzt eine weile mal nicht gespielt weil ich ein paar andere sachen noch gespielt habe aber ich habe gedacht jetzt muss ich mal weiter machen hier damit es mal vorangeht ich weiß aber schon gar nicht mehr was ich eigentlich tun muss low-key night three ich meine sagen aber ich denke ich möchte ihn nicht haben, aber ich habe es hier nicht zu leben. Aber ich habe mein blood. Ich habe eine 2-spirits. Ich habe mein Messie und mein Mann nicht zu broken. Ello ist das goldbeier ist nichts. Das Haus gibt mir das Buch. äh, what? Press Enter. Ah, scheiße. Scheiße, ich hab total vergessen, was man machen muss. Mit dem Diagroom. Loading, please wait. Ich hab total vergessen, ich deb. Jetzt ist immer das Problem, wenn man es ne Weile nicht spielt, dann... ...total planlos. Das kann natürlich passieren. Scheiße, die Wand an, Leute. Ich bin zu blöd, oder? Das war der Diagroom. Moment, 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 Moment. Ah, hier war Klick, ja. Next. Ah. What? Irgendwas war mit dem Diagroom. Und ich weiß es nicht mehr. Ich weiß es absolut nicht mehr. Ah, irgendwas wird hier? Hier. Gut. Gut. Ich check's nicht mehr. Ich weiß es absolut nicht, Leute. Oh, ich sieh hier mal wieder nicht. Ich sieh hier absolut nicht. Ja, was? Ich weiß es absolut nicht mehr. Oh, ich weiß es passieren, würde nurenci неплох ello. Haha, was ist, was ist das denn... Und ich nein nicht mehr... ...checkt hier. turtle flashlight- ja alle Hundertstelle will take a look at them but didn't see anything which could activate them even the magic bunny haven't broken anything but but the golden bee are nothing the only problem here are the two sweets and the darkroom I don't check guys the two sweets and the darkroom I know you have to listen to the darkroom because you don't see anything and then we have to close the door I have to look at the two sweets the two sweetened where are the two sweets red chamber office hell way stock hell way stock 2 wood no red chamber doorlight hier ist er nicht weg scheiße ich brauche ja noch energie die energie muss ich halt auch machen äh, nächstes? doorlight? what? ich checke es, ich glaube es ist Planlos im Beldal Bloodgame Ach du scheiß Die waren dann hier Keine Ahnung Wie habe ich das letzte Mal gemacht? Geht es eigentlich noch Vielleicht mal ein bisschen einfacher Für einen alten Mann wie mich Müsste es doch etwas einfacher gehen Hier ist keiner Ich kacke ab hier Hier ist der Keiler Ich kacke ab hier Ich kacke ab hier Ich kacke ab hier Was ist alles umständlich hier Leute? Ich kacke ab hier Ich kacke ab hier Ich kacke ab hier Was war das umständlich hier Ich kacke ab 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 hier Was ist alles umständlich ich kann mir das durchlesen wie ich will ich steigt einfach nicht durch leute kein plan planlos im weltall kack die wandern keine ahnung da ist ja er er ist hier oben wo ist das Das ist die Springs Web. Ist er noch hier unten? Nee. Next. Door on stage. Ich check's hier nicht. Jesus Christ. Mal hören. Jesus. Hören. Hier hör ich nicht. Ah. Er ist nicht da. Aber Spring Crab ist hier irgendwo. Aber ich hör ihn nicht. Leute, ich plan. Gebt mir einen Plan und ich küsse euch die Füße oder so. What? Hab ich da eins? Jesus. Nein. Rat machen. Hören tun wir auch nichts. Nichts. Jetzt. Leute, ich blick da absolut nicht durch hier. Da ist keiner. Hören tun wir auch nicht. Nichts. Aber der Dummsack kommt. Hören wir nicht. Weg. Weg. What? Ich dreh hier noch am Rad, Leute. Bist du vielleicht nicht? Bin ich zu doof oder was? Mal das Licht anmachen. Da ist schon ein komisches Spiel. Ich schau schon ein komisches Spiel. Komisches Spiel auf jeden Fall. Ich schau jetzt weg. Nichts. Die Tür oder? Oh mein Gott. Leute. Ich hab hier irgendwas gesehen. What? Nein. Next door. Back here. Energy. Äh. 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 Next door. Äh, door hier. Hören. Back. Ich check's nicht. Döööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööö die Hose aber bis jetzt leben wir noch welch Wunder welch Wunder welch Wunder der Technik auch noch noch die der 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 Ringtrap Die Drecksau Jesus Christ Energie? Soll ich auch mal machen, oder? Ah! No! What? Neh! Next! What the hell? Ich fühl mich verarschen hier Er ist nicht da? Nein Hier, schau nicht Next Doorlight Oh, es ist umständlich, dass man hier immer mit dem Scheiß hier drücken muss We survived! Ahaha! Yes! Ah! God, thanks! It's Christmas! Yeehoo! Oh, hello! Good you are already at your fourth night! Oh! This place has real spirits, I am a little scared now I don't know what's going on Could it be that guy? He never showed up after he entered Be careful please! Oh! Oh! I've seen the spirit of Freddy You know, the bear Not the golden one, the original He have no head I am so scared right now If you encounter him Just ignore him By using your tablet or computer And it might work I think I need What? ... ... ... ... Der Entwickler von dem Spiel hier hat mich auch gefragt Ob ich die anderen Part spielen werde Das ist die Afterfalles 3 und 4 gibt es glaube ich noch Jaguar in meinem Fall Ich werde mich mal überraschen lassen Mal schauen aber zumindest mal haben wir diese dritte Nacht überlebt. Habe ich ja sowas von froh, Leute. Könnt ihr euch gar nicht vorstellen. Wenigstens ein kleiner Erfolg heute. Gucken. No. Hier. Hier ist noch keiner. Das machen wir wieder so. Machen wir wieder so. Machen wir wieder so. Was war das jetzt? Ich habe keine Ahnung. What the hell? Was? Ich glaube, ich spiele dann lieber mal noch die anderen Games. Ich probiere es jetzt noch einmal und dann... Wir sollen die Ignorierer bei Using the Tablet. What? Leute, es ist so konfus das Spiel. Vor allem, dass man dann immer hier alles nur machen kann, wie Licht und Sound und Türen zu mit dem Tablet, dann hin und her. Und sowas von... Umständlich, würde ich sagen. Ich werde mal vielleicht reingucken, bei den anderen Spielen, je nachdem, wie ich Lust und Laune habe, von dem Entwickler, also die Nachfolgenden. Und dann mal gucken. What? Was ist das für ein Sound? Was? Was ist das für ein Sound? Ich habe keine Ahnung, was ich hier zu mache. Er ist nicht hier. Die Hören tun wir nichts. Licht. Was anderes kann ich eigentlich gar nicht machen. Licht, hören. Wieder weg. Gucken, ob er da steht. Nö, da steht er nicht. Hören. Next. Light. Auch nicht. Light. Back. What the... Energie. Hören. Next. Wisst ihr, da immer dann schließen? Oh, scheiße, die Wahlen dann. Woll ich doch gar nicht. Next. Next. Ich habe keine Energie mehr. Jetzt sind wir sowieso am Arsch. Das Spiel kann mich am Arsch kratzen hier. Ich stecke ja einen Finger in Popo. We are dead now. Jetzt geht es sowieso alles zu Bach runter. Ja, was soll ich tun? Arsch. Leute, das macht mich jetzt total verrückt. Ich kann nicht mehr. Ich bin am Ende. Ja, wir haben am Ende. Aber vielleicht überleben wir es ja noch. Ja, ich weiß es ja. Dorse geht nichts mehr. Wir haben keine Energie. Aber vielleicht habe ich ja noch Glück und überlebe noch. Nee. Weil es ist ja da. Aber vielleicht können wir das Spiel verarschen. Ich weiß es ja nicht. Nein, wir können es nicht verarschen. Ja, Freude der Nacht. Ich würde sagen... Immerhin haben wir die dritte Nacht überlebt. Das war auf jeden Fall... Mord? Chill, golden, I'm stuffed, faun... Mord? Mord? What the hell? Was ist das? Das war auf jeden Fall After Freddy's 2. Oder After Freddy's 2. Schreibt mal in die Kommentare... ...eure Meinung, eure Eindrücke. Ich weiß es nicht, was ich sagen soll. Ich bedanke mich auf jeden Fall bei euch fürs Zusehen. Falls ihr ein Like für mich übrig habt, so gnädig seid, dürft ihr mir das gern geben. Und vor allem ein bisschen interagieren, ein bisschen was schreiben. Falls ihr noch kein Abo habt, ihr habt ja auch ein Abo abschließen. Ich werde mal vielleicht gucken, ob ich die anderen After Freddy's Spiele noch spiele. Also hier steige ich jetzt absolut nicht mehr durch. Und ich denke mal, zwei Parts müssen nicht mehr lang. Wir sind ja immerhin bei Nacht 4. Ich würde mich auf jeden Fall freuen, wenn ihr wieder einschalten würdet. Bis dahin, genieß das Leben. Enjoy your life. Habt ihr Spaß miteinander? Oh, ich sage, Tschö, Mö, und für die Rutz, euer Rostiger Rettner. Say goodbye. Enjoy your life. Have fun. Goodbye. And good night. Ciao. Ciao. Ciao.